Norddeutscher Rundfunk 2021 Anne, komm! Quicksilber ist da, wir können also anfangen. Ich will eine berühmte Schriftstellerin werden. Es ist für jemand wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass sich später keiner für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Wir müssen untertauchen. Und zwar sofort. Anne, geh vom Fenster weg! Weg! Willkommen im Hinterhaus. Hä? Lächeln noch. Sie hat ein überschüssiges Temperament und sie hat keinen Raum, um es auszutoben. Sie treibt sich überall herum. Überall, das ist nicht sehr viel Platz. Es beklemmt mich doch mehr, als ich sagen kann, dass wir niemals hinausgehen dürfen. Und ich habe große Angst, dass wir entdeckt und dann erschossen werden. Das ist natürlich eine weniger angenehme Aussicht. Kannst du es für mich einschließen? Hast du keine Angst, dass ich drin lese? Nie. Ich habe keine Angst. Einmal wird dieser schreckliche Krieg doch vorbeigehen. Seid mutig. Es wird einen Ausweg geben. Ich habe dir ja schon öfter erzählt, dass meine Seele sozusagen zweigeteilt ist. Die eine Seite beherbergt meine ausgelassene Fröhlichkeit. Diese Seite liegt meistens auf der Lauer und verdrängt die andere, die viel schöner, reiner und tiefer ist. Die schöne Seite von Anne, die kennt niemand. Um nun die Vorstellung der ersehnten Freundin in meiner Fantasie noch zu steigern, will ich dieses Tagebuch die Freundin selbst sein lassen. Und das ist richtig.